recht herzlich willkommen zur neuen und siebzigsten folge von towns ja in der 37 letzt mal 40 jetzt aber gerade einen schwung gegeben natürlich super dann kriegen wir die 42 hin machen wir jetzt nix hier oben ist zu das ist toll dann müssen wir weiter weitermachen dazu aber jetzt warten wir das erst ab keine neuen aufträge damit wir hier die 42 schaffen 41 da waren jetzt schon mal hier drin also nicht zu tun haben richtig kurze pause 42 und jingels bitte jungen jungen kommt der 1 jetzt muss es klappen vier stück kommen bestimmt dazu oder zimmer müssen wir noch haben zwei vier sechs acht da sind sie zwei dazu kommen runter gehen auf sag schon warte mal aber jetzt gerade hier 24 68 12 16 2 4 5 21 33 39 okay da geht ja noch einiges da bin ich steigt gerade noch da sollte man denen gerade mal was zum anziehen geben die beiden gut 29 29 brauchen 46 46 da ist ein schicker blauer hut machen wir gerade nichts dann steigt dann steigt es noch mal 30 wie sieht es mit essen aus neun brote keine äpfel keine bieren ne doch zwei bieren gerade mal einmal das machen wir aber weil essen ist wichtig da haben die zwei jetzt gerade was zu tun das wird fallen aber wir haben abwechslungsreiches essen das macht wahrscheinlich wieder glücklicher kommen wir hier kommen ganz viele 30 wird gehalten die bieren wenn glück Hier kein Apfel. 29 da oben. Da wird der erste Apfel geholt. Alles gut. Sind alle beschäftigt. 28 happiness. Soweit sieht alles gut aus, oder? Also hier haben wir 24 unten zu versorgen. Das reicht ja schon mal. Die sind alle mit Dach über dem Kopf. Und hier oben sind noch 5, 6, 7. Das wären dann 31. Okay, es sind ja noch einige. Okay. Ich habe mir das gefallen auf 27. Die machen hier dann nicht weiter. Da müssen wir mal gucken, wie es geht. Wenn wir nicht weitermachen. Da sitzt aber schon einer und backt wieder im Rot. Da wird eine 26 noch gefallen. Hier oben ist noch was machbar. Und hier auch noch. Kriegen wir noch hin. 26. Da sind alle Pärchen voll. ITE. Ob, komplett nicht. So, nein. Okay. Dann holt das Mauer weg. Und machen andere Perlen ein. Hier ist dann alles abgeerntet, ne? Sieht so aus. Und jetzt laufen die alle und holen grüne Perlen, oder was? 27. ist niedrig. Aber was machen wir jetzt? Ernten hier erstmal ab. Okay. Machen alle Brot. Das soll nicht verkehrt sein, ne? Helden haben wir 2 und 5 Zimmer. Ja. Tja. Hier ist unser Einbruchsgebiet vom Wasser. Grabstätten sind auch noch genug frei. Gehen wir einfach mal hier in der Wand durch. Jetzt habe ich den einen nicht mitgemacht. Den machen wir aber noch mit. Sieht so aus, als ob... Ja, doch. Ist noch Bewegung. Steine sind genug. Die haben sie alle ins Lager getragen. Okay. Jetzt geht einer runter, oder? Ja. Okay, jetzt buddeln sie den Tunnel. Ah, das ist nicht da beim Friedhof. Okay. Auf der anderen Seite kommt auch jemand und macht da. Aha. Okay, alles gut. Ob deine Mitte noch irgendwo versteckt ist. Jetzt bin wir von oben gearbeitet. Okay, da war ein Hohlraum. Da kommt auch schon ein Held. Aber der Hohlraum ist leer, oder was? Ja, sieht wohl so aus, oder? Ja, da geht's nochmal weiter. Ne. Ein Hohlraum ohne Inhalt. Hier sind noch Steine, die können wir abbauen. Jetzt machen wir hier nochmal so eine große Fläche. Hier wäre machbar. Sollen sie da auch machen. Sollen sie da auch machen. Gut da. Nehmen wir dann die drei weg. Und den auch. Sind sie nach oben klopfen gegangen, oder was? Ah, da ist noch ein Hohlraum. Und da muss gekämpft werden, okay. Eine Spinne, oder was? Aber ich glaube, wir sind relativ gut ausgestattet. Gut. Läuft. Okay, das wird weggenommen. Das auch. Der kann auch noch weg. Ob da noch ein Held kommt, der was freiräumt. Gute Frage, ne? Können da natürlich auch einen weg machen. Und dann sehen wir mehr, ne? Oder sollten wir mehr sehen. Da kommt keiner. Oh, wenn da sogar solche Geräusche sind. Ah, guck mal an. Da ist auch noch eine Höhle gewesen. Ravel bauen wir mal ab. Ja. Kämpft da noch weiter. Okay, da passiert nichts mehr. Und dann kommt der nächste zum Abbauen. Ja. Brauchte man jetzt auch nicht mehr abbauen da wahrscheinlich. Aber lass laufen. Hier sind so viele Sachen, ne? Das. Das. Kann alles weg. Gut. Herr Binders, wie sieht es damit aus? 29 ist ein bisschen hoch. Ja. Hier sind die beiden ausgerüstet, die dazu kamen. Einer braucht noch Schuhe, sonst ist alles gut. Lass uns mal grad noch ein paar Steine da draufsetzen. Fast. Und... Machen wir das auch so. Alles gut. Jetzt holen sie Steine wahrscheinlich, ne? Oder? Geht woanders hin, ne? Geht woanders hin? Kriegen wir alles hin. So. Küche, nichts, Mehl rum. Haben wir noch Brot. Mal gucken wir mal hier oben, ne? Ja, neun Brote. Ein Apfelkuchen, die Bierenkuchen. 10 Äpfel, 23 Bieren. Ist ja nicht schlecht, ne? Neun Brote. Super. Was wollte ich jetzt tun? Ich wollte Pilze. Pilze wollte ich machen. Hier, Essen, da muss ich hin. Gucken. Kaktusfrüchte, Bucket of Rota. Da wollen wir mal einen machen. Und hier, Mushroom Jungle, Bucket of Rota geht auch. Sollten die Pilze da aufgebaut werden. Guck mal, die blauen sind weg. Da sind nur noch Grüne da, ne? Das wäre natürlich besser, ne? Aber gemacht haben sie es schon. Geht das auch? Weiß ich jetzt gar nicht. Das müsste auch funktionieren, ne? Ist das jetzt schon fertig? Ne, doch, geht hoch. Aber die machen das so schnell, oder? Wie sehe ich das? So, der hat sich den geholt, den Pilz, und geht dann dahin, ne? Jo. Ich sehe jetzt zwar nicht wohin, aber ich werde wohl dann das passende machen. Okay. 34, oh, geht grad hoch. Das ist auch prima. Da liegt noch ein Pilz. Dann rohe ich noch einen an. Gucktusfrucht war hier. Können wir noch zwei machen. Habe ich zweimal geklickt? Ich glaube ja. Wir müssten schon wieder zwei losgehen und das holen, ne? Aber... Aber... Ah, einer... Ich verstehe jetzt nichts hingegangen und dann doch wieder weggegangen. Hm. Hm. Komisch. Naja. Ich würde mal sagen, für die Runde soll es wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Und bis dann. Tschüss. das dabei ist... um eine contribなん. Bauten. Bis dann zu höre sein. Ich rupert ihn Liste. Wir sind links. Wir dürfen um einmal auch wieder reichen. Mit Motor.